Sein ist ein Schritt zurück, wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Den Ministern entflüstern, den Bischof beinahnen. Halt du sie dumm, ich halte sie arm. Sei langsam, breit denen die Worte an, sei langsam, und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deinen...